ganz schlechte idee mich hört ja mal wieder keiner Papa ist Julia Och man, warum kriege ich immer die Otze Ich würde sie ja gerne spielen Ich mag sie nicht Steh mir nicht im Weg Du wolltest mich töten Ich komm da nicht raus Du musst es als erstes durch, okay Ja schön, immer die alte vorne Ja Beweg dich, Kleiner Steh da nicht so nutzlos rum Wie wir beide das Ding anfallen Weg da, weg da Das ist keine Verteilerkarte Mir wird ein A ins Gesicht gedrückt Mir wird ein A ins Gesicht gedrückt Mir wird ein A in die... Das ist ein A Das ist aber auch ein A Ein Riesen-A Ein Riesen-A Ah, jetzt nicht mehr Das ist kein Riesen-A mehr Gott, das triggert mich, dass die alte tot ist Warum? Warum war ich so blöd? Ja, warum hast du mich verfolgt Dann sahst du scheiße dabei aus Entschuldigung Du hast halt von mir weggerannt Ja, mit dem Gruselskelett Mit dem Baden an meinem Kinn wollte ich nichts zu tun haben Oh Tablettsatz, komm weg Ich will... Ich will... Ich will der Fall Oh, das sieht aber auch sehr zerschossen aus Die sind im Arsch Vollkommen nutzlos Die hat aber den... Die hat aber einen... Großen Popo Heu ja Ja, danke Max Bei der wäre ich auch nicht traurig Aber wir wollen ja so viele wie möglich retten Ja, einer ist hier schon weg Einer will ich ja schon auf dem Gewissen Komm, du kannst dich von mir aus auf dem Gewissen haben Du ja, bitte nicht Warum nicht? Ich mag sie Echt? Ja, echt mag sie Ich find die arrogant Ich mag keine arroganten Leute Das liegt nur daran, dass du die so spielst Oh, jetzt Du, die ganzen Szenen vorhin, wo die alleine gequackelt hat Hab ich aber nicht gespielt Ja, ja Redet ihr's nur schön Ja, ja Oh nein Was? Oh nein Oh nein Oh nein Oh, diesmal hab ich mitgerechnet Oh, da glitzert was? Da glitzert was? Ich will da hoch Okay, ich muss lesen Anweisungen für Gast Mapa Hey, hilf mir mal bitte hier Danke Ich glaube, da geht's nach oben Oh, schuldig Alter, ich will die Scheiße lesen Ich hab noch nicht mal gesehen, dass da irgendwas ist zum Lesen Ich hab gesagt, ich lese dann mal Ja, da hat er schon längst geklickelt Wir können ja nochmal runtergehen, wenn das geht Wahrscheinlich nicht Nee, kommen wir rein und tun weiter Wir müssen's ja eh nochmal spielen irgendwann Was? Du hast vorhin gesagt, du spielst das nicht nochmal Ich weiß Na toll Gucken wir mal, ob wir nochmal runterkommen Nein, kommen wir nicht Ach, verdammte Kacke Kannst du das von hier oben nicht antatschen? Hier geht's auch nicht weiter oder lauf ich hier wieder irgendwo gegen? Ich hab doch gesagt, da glitzert was Ich muss klicken, komm weg Vor allem frag ich mich gerade Auf einmal hat sie Schuhe an Die waren davon alle barfuß Wo kommen die Schuhe her? Wenn ich Okay, hier geht's back up Kann ich sie runterfallen lassen? Nein Nein Sehr schade Dafür gibt's ja die Treppe 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 ist langweilig Treppe kann ja jeder Teppich oder teppich nicht? Da scheint doch gleich was an der Scheibe Oder auch nicht Da ist dunkel drinnen Da geh ich nicht rein Ihr spinnt doch wohl Ich bin ein Mädchen Ich hab Angst im Dunkeln Nein, nein Fuck, nein Hey, komm So schlecht war da nicht, oder? Treppe ich oder treffe ich nicht? Ich bin ja gut Weißt du Ihr macht ständig eure scheiß schlechten Witze, ne? Und mache ich mal eine? Dann ist der gleich abgrundtief, oder was? Versteh ich nicht Vielleicht kommen wir hier durch Können wir mal einer mit der Tür helfen? Ach nee, A drücken, nicht S Mapa, vielleicht solltest du mal A drücken Muss ich mich alleine quälen, diese scheiß Tür aufzumachen? Ja Selbst ist die Frau Kein Kommentar Ja, aber du sagst auch bei den schlechten Witzen Nein, einfach nein, oder? Ja, aber ich mache sie nicht so oft Ich mache sie ja nicht oft Was war das denn jetzt? Das kann man mir doch auch mal gönnen Ich mache nie schlechte Witze Ich mache noch nicht mal gute, aber ich mache auch nie schlechte Weil ich kann sowas nicht Ich mache gar keine Oh Gott, da sitzt jemand Ja, der ist tot, der hier in der Ecke hockt Okay Oh Seegang Nimmt Wellen bis zu 6 Meter Höhe Keine Schäden gemeldet Nachmittag Wetter verschlechtert sich weiter Wetterfeuersage ebenfalls Die Crew hält sich gut Morgen wird Wind erreicht Sturmstärke Weiterhin zunehmend Außergewöhnliches Wetter Mehrere Blitzentschläge in OM Um Wie auch immer Jedoch ohne größere Schäden Schiff nimmt etwas Wasser Die Lage ist unter Kontrolle Navigator Wassertiefe als einschießbar Okay Okay Du hast fertig Ich habe fertig Warum muss ich da hin zur Leiche? Weil ich hier was anderes blitzenes hab Passiert nur nix Verarschen Achso, eine verschlossene Tür Ja Oh, hier will ich wissen Oh, ich kann die Toten nicht mehr angrabbeln Schade Okay, jemand der sich selbst Tötet Wo hast du das Bild gefunden? Da Da Wenn wir das auch angucken Ach der Genau der Hä, müssen wir beide die Hat er eben auch nochmal angezeigt Vorgeschalten Äh, ja, wahrscheinlich Zumindest sofern wir halt in einem Ding sind Die Tür ist auch verschlossen Wer tut da gerade hin, dust Vier Stunden spielen wir schon Eieiei Ja Und wieso hast du schon wieder auf Pause gedrückt? Weil ich wissen wollte, wie lange wir schon spielen Achso Aber ich, 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 ich mache auch gleich weiter Keine Angst Folg mich doch, ich seh das doch bei mir Dann kann ich dir auch sagen, wie lange wir spielen Stimmt auch wieder wahr Habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht, dass du erst angefangen hast Als Mach man es so Okay Na, frag ruhig Ja Und wie lange spielen wir schon? Vier Stunden, drei Minuten und zehn Sekunden Ah, scheiße Dann haben wir es ja bald Oder auch nicht Nichts genau, das weiß man nicht Na, stimmt auch wieder Ich mach gleich weiter, keine Angst Ja, ja, ganz ruhig Ich hab's nicht eilig Ich auch nicht Ich hab nicht eilig Äh, so Deine Einsicht Dann Dann Ich Da wieder rüber Okay Ja, da geht's Weiter geht's Huch Also die Tür rechts ist zu, wo ich war Und die bei dir ist auch zu Ja, wir müssen hier durch Ich bin dabei Papa? Ja Kannst du da reinkommen, wo ich bin? Wo wirst du da hinst? Ja, hier hinten Bei dem Bild? Ja, und dann kann ich auch weiter Ach da Okay Hui, hi Hallo Der will das hier anklicken Jetzt Äh Das ergibt keinen Sinn Wieso nehmen die so eine komische Route nach San Francisco? Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen Ein Versteckspiel auf dem Ozean Oh, okay Ist das das Bermuda-Dreieck? Äh Seh ich gar nicht Oh, ich hab was zum Lesen Warte mal, ich guck einmal kurz nach Habt du das Handy? Nee, Bermuda-Dreieck müsste bei Hawaii irgendwo, glaube ich, liegen Ähm Ja, ich guck trotzdem einfach mal Ich mein's ja auch, dass es da irgendwo liegen ist, aber Schade, äh, gucken schadet ja nicht, ne? Das Schiff kam vom Kurs ab Extreme Überwölkung Nein Sie hatten keine Ahnung, wo sie waren Ich hab was zum Lesen Bin gleich wieder da Mhm Eidrin, ist wieder oben Notizen US-Marine-Ministerium 22. Juni 007 Sturm vom Kurs abgekommen 0.12 Frachtraum 2 Überflutet 0.23 Schwerer Blitzeinschlag 0.48 Treiben in seichten Wasser Position unbekannt 1.20 Meerestiefen nicht kartografiert Tiefe unbestimmbar 1.32 Suche nach Mann über Bord beginnt 1.40 Suche abgebrochen 1.41 Dichte Wolken Positionsbestimmung noch nicht möglich Fertig Äh, ich weiß, wo das Bermuda Dreieck ist Na? Ähm, siehst du im Stream da, wo meine Maus ist? Ja Äh, hier ist das Bermuda Dreieck Genau hier Ach, bei Brasilien hinten Da ist Florida Genau hier Also zumindest Auf dieser Karte Also nicht das Also in der Florida Hier ist der Golf von Mexiko Und hier ist, zeigt das Bermuda Dreieck In der Ecke Gut, dann wissen wir schon mal, wo wir nicht hinreisen Sonst sind wir ja auch noch Bermuda Dreieck verschwunden Wobei ist das Bermuda Dreieck nicht einfach nur ein Mythos Beziehungsweise einfach nur ein Ort, wo verdammt viele Stürmer einfach so auftauchen Und es halt einfach nur AC-Kontroff da unheimliche Dinge passieren Keine Ahnung, aber irgendwo muss dieser Mythos ja herkommen Ja Man sagt auch, dass man vom Spiegel, wenn's dunkel ist, nicht dreimal Bloody Mary sagen soll Ich guck erstmal nicht im Spiegel Ich meine, dass das springt halt, wenn ich reingucke Aber Der Bloody Mary scheint er trotzdem nicht Ich nehm an, was hier gibt's, was habt ihr gelesen Wenn er bei dir gleich was passiert, ne? Nicht zu fassen Das Ding funktioniert echt noch Hier, lass mich mal Erwartet uns der fünfte Tag Ja, es geht Die aktuelle Lage wird sich frühestens am kommenden Donnerstag ändern Wenn ein Tiefdruckgebiet aus dem Osten heraufzieht 16 69 8 52 156 49 Fragen wir nach Hilfe Hey, hi Ist da jemand? Hallo? Empfangen Over Oh mein Gott Gott sei Dank Okay, also wir Hey, falls mich jemand hört Wir sind auf dem Schiff Ein riesiges, uraltes Schiff Unsere Position 12 Grad und 30 Minuten Süd 151 Grad, 20 Minuten West Bitte Holen Sie uns schleunigst hier raus Wiederholen Wiederholen Ober Wir sind auf einem alten Frachter Mehr hab ich nicht Bitte Kann uns irgendjemand da draußen hören? Bitte, bitte, komm Nein, verdammter Mist Hey, Leute Seht mal her Wow Hey, schau mal Vielleicht können wir da unten irgendwo den Strom wieder zum Laufen bringen Wir brauchen Strom für das Funkgerät Jemand sollte hier beim Funkgerät warten Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit meinen Verletzungen nicht da runter Ich gehe Natürlich Ich schaff das Ich sollte runtergehen Hey, kleiner Bro Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn? Wovon redest du? Du hast dich bewiesen Und das voll in der Schusslinie Der Vergleich hinkt mächtig Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist Bin beeindruckt Ehrlich Jo, Ghetto-Faust Was meinst du? Wenn du dir sicher bist Ich glaube, du packst das Ich komme mit Hey, was? Julia, nein Von mir aus geht Beide Viel Spaß Du kommst besser mit mir Okay Du und ich, Bro Alles klar? Irgendwas gebrochen? Alles okay bei euch? Mir geht's gut Und Was jetzt? Robert trifft eine Entscheidung Ich such den Generator Damit wir das Funkgerät ankriegen Wir warten hier beim Funkgerät Hab ich Es ist halt so übermittisch worden Wenn man sich das halt nicht anders erklären kann Eben Heben Es gibt ja so vieles, was halt noch Überliefert ist Wenn man dran glaubt Also Ich habe gegen niemanden Was ich da halt wirklich dran glaubt Dann los Weil Wenn so glauben man, was man will Es gibt ja Leute, die glauben an Gott Es gibt Leute, die glauben an gar nichts Es gibt Leute, die glauben an Geister Nexen Einfach Hallo Jeder soll anders glauben, was er will Aber Wie gesagt Ich spreche von mir persönlich Ich glaube da halt einfach nicht dran Ich sehe das relativ Ich weiß nicht Sagt man da rational? Ne Doch Realistisch, oder? Realistisch, nicht rational Oh, diesmal ist der Tresor offen Ich bin in dem Raum, wo ich aufgewacht bin Also wie gesagt Also wie gesagt Ich glaube halt an sowas einfach nicht Wobei ich halt trotzdem von solchen Sachen hier halt Angst habe Aber Ja Ja Kitty, da bin ich Da bin ich voll bei dir Ich habe da so meine Erfahrungen Aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein Muss man ja auch nicht Wie gesagt Deswegen sagt ja Jeder soll das rum Ne Ich habe da vorher auch nicht dran geglaubt Aber ich habe gewisse Erfahrungen gemacht So Ich habe wieder was zum Lesen Ah, ich auch Ne, wir beide sind gleichzeitig Okay Bitte Bericht des Schiffarztes Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X CWO Walter Bischof und CWO Tom Palmer Missagen Peter Wood als Beisitzer und Pi X für das Treffen mit unserem Team Es gebe viel, dass man voneinander lernen Stimmt dem zu Die westliche Welt müsse vor den Übeln Die USA seien darüber informiert Dass gewisse Stellen den von chemischen und biologischen Substanzen in der Kriegsführung erforschten Unsere Aktivitäten durch das Genfer Protokoll eingeschränkt Hätten Experimente unmöglich Beschreibt eine währenddessen stattgefundene Untersuchung Es wurde die Wirkung eines in Molekülkristallform vorliegenden Halluzinogens mit Codenamen Manschurei Gold auf Menschen getestet Chemische Munition, Kampfes zu gewährleisten Es war bereits ein geringer, signifikante Halluzinationen sehr überzeugend Versuchspersonen sahen und hörten Dinge, die in Wahrheit nicht vorhanden waren Und dies selbst Wirkung sei vielfältig, groß, gleichbleibend intensiv Irgendeine Art Streiterei Zehn Tage im Loch Zehn Tage Haft bewilligt Er muss ja wirklich total ausgerastet sein Ja, fertig gelesen Ja, ich habe zwei Zettel gehabt Ja, ich war zulassen Unten im Safe steht das Geheimnis drin Die haben ein Halluzigen getestet Eine militärische Waffe Ah, also gibt es keine Geister, das sind noch eine Halluzination Mhm Okay Auch in Ordnung Da War raus Hast du das auch gehört? Es hat gepoltert Es hat gepoltert Nö Ja, habe ich nicht gehört Jetzt habe ich es gehört Ich will hier nicht alleine sein Ja, dann komm Guck mir gerade ein Bild an War vielleicht der Sohn von jemandem anbord? Papa, komm bald zurück Ach, ist das nicht da, wo so komische Ärzte waren? Warte Hier, ich, ach, hier bin ich aufgewacht Stimmt Hier bin ich aufgewacht Oh, verdammt Gut, dass du die Leiche untersuchst Was hast du gefunden? Äh, was im Lesen Vielen Dank. Vielen Dank. Hä? Ich stehe doch hier. Moppa? Warte. Mann, ich will nicht schon wieder das Bild anklicken. Das ist der Junge, weißt du noch der Vorspann, der da rumliegt. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, einmal drüber. Ich glaube, da geht es nicht weiter, ne? Also doch hier durch. Mhm. Mhm. Hey, sei froh, wir sind nicht alleine. Okay. Schau dir das mal an. Schau, da unten. Oh nein. Ist wohl der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Hier sollte sich ein Generator finden lassen, stimmt's? Finden wir es raus. Stimmt's oder habe ich recht? Sag ich dir nicht. Shit. Die Leiter ist... Ich kann mich hier fallen lassen. Oh, Vorsicht, Pater. Wird nicht leichtsinnig. Bist du okay? Bist du irgendwie lebensmüde? Jopp. Ganz gewaltig. Oh. Ich bin ganz gewaltig lebensmüde. Das fragst du noch. Ja, toll. Und ich muss wieder nachmachen. Hm. Jopp. Gott, verdammt. Was ist? Hast du das nicht gesehen? Klar. Nein. Ich habe nichts gesehen, aber ich musste mich trotzdem erschrecken wegen der Musik. Fuck it. Ich habe was gesehen. Erklärst du mir das? Puh. Aber das war überhaupt kein Gold. Giftiger Stoff. Und überall ist dieser Dunst, ja? Das ist vielleicht Manschureigold. Und vielleicht atmen wir es ein und es lässt uns total ausrasten. Boah, weißt du das? Den Zettel habe ich gelesen. Seltsamerweise sind nichts davon ist passiert. Tja. Gute Frage. Die Crew hatte vor irgendwas panischer Angst. Sie haben diese verrückten Dinge gesehen und dachten, sie wären echt. Ja, deswegen hast du mich auch erschossen. Es hängt am Tauchgang. Es hängt am Tauchgang. Es hängt am Tauchgang. Entschuldigung. Ich wollte mich nur im Schrank verstecken als feiger Soldat. Ich hätte ja nicht abzudrücken müssen. Ich hätte es auch einfach so lassen können. Und den Quicktime-Event verstreichen lassen können. Du hättest ja auch vorher das Messer nehmen können, statt die Knarre. Das konnte ich ja leider nicht beeinflussen. Motorenwerke von Linden, Rotterdam, Niederlande, Dieselmotoren, Nummer 1734, Jahr 1920, geil. Leiderstoffe. Diesel. Kreta. Diesel. Diesel. I'm feeling Diesel. Diesel. Die Lampen leuchten, zwischendurch mal. Mhm. Bitte, dass du das aussiehst. Das ist doch nicht jetzt da los. Ach, während dem Spiel ja normal. Ja, ne? Hey, 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 hier ist der! Klasse! Er läuft noch! Klar, dass der Strom dauernd ausfällt. Das Ding ist schrottreif. Leg den Schalter um und dann weg hier. Boah! Pirate! Okay, gehen wir wieder hoch. Kleins Arfi. Okay. Hallo, wir sind zurück. Bitte kommen! Hören Sie mich? Hören Sie mich? Over! Wie ist Ihre Lage? Over! Wir wurden entführt. Wir alle! Und da sind Dinger, die... Immer wo die ich nicht springe. Alles gut. Alles gut. Rettungsteam ist unterwegs zu ihrer Position. Over! Ich weiß, wann das ankommt. Komm schon, Mann! Du Stück Scheiße! Dann, wenn's wieder Tag wird! Wie immer! Frühmorgens! Fünf bis sechs Uhr! Wie immer! Wie in jedem Horrorgame! Ich hör auf das Wort. Nein, alles gut! Ich hab die Jomska ist ja gerade deswegen reingehauen. Bin ja selbst schuld. Oh Gott. Müsst die ganze Zeit so scheiß Energy ausstoßen. Boah, ist widerlich. Guck mal hier! Hey! Das Kreislauf-Gerät! Das haben die Fischer wohl von der Duke. Ja! Ist das in Ordnung? Äh... Das hat vielleicht noch ein paar Minuten Luft. Lohnt sich das denn? Das hält uns doch bloß auf. Trefft ja die richtige Entscheidung. Ja! Wir nehmen es mit! Teile des Schiffs stehen komplett unter Wasser! Wir müssen weiter, Loh. Ich weiß, was du zu tun. De was du zu tun? Ich werde mich zu tun. Ich werde mich zu tun. Du hast du verloren. Nein. Ich bitte. Nein. Ich habe gesagt, du zu verletzt. Du zu verletzt. Du sagst nichts. Du sagst nichts. Du sagst nichts. Du zu verletzt, du zu verletzt. Ich wollte dich nicht mehr so sagen. Ich habe gesagt, du zu verletzt. Ich habe gesagt, du zu verletzt. Ich habe gesagt, du zu verletzt. Du schizzer. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Endlich mal eine frische Leiche. Ich fad die Leiche nicht an. Ne, ich hab was anderes. Wieder so ein Memo. Ich lese, bis gleich. Mhm. Streng geheim, zur Hand, Corporal Stephen Harding. Ich hab nichts gemacht. Sicher? Ich will es. Nein. Was denn? Was denn? Was denn? Angst. Nein, nenn es lieber Panik. Die Leiche ist weg. Oh mein Gott, die fucking Leiche ist weg. Hä? Das hab ich nicht gesehen. Die fucking Leiche ist weg. Die fucking Leiche ist weg. What the fuck? Die Leiche ist einfach weg. Die Leiche ist weg. Das Wort zu teilen, ne? Es muss doch heut genug für alle da sein. Mehr als genug. Die Hände hier zusammen rein, oder? Ich hab Angst. Reut, Braunes, ruhig. Ich hab so pathische Angst, ey. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder. Lass dir mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Kapitän. Ich hab das Sacken. Und ich hin. Aha! Entschuldigung, oder? Ich war einmal zu schnell. Ich war einmal zu schnell. Weißt du? Oh Gott, was für erschreckt. Schreck! Los! Verriegeln Sie! Wir können ja nicht alles richtig machen. Fehler passieren. Meinst du, die Tür hält ihn auf? Alter, was ich grad für einen Drenalinschub hab, ne? Ohne Witz. Ich werd danach nicht schlafen können, ne? Oh, meine Finger sind total nass. Meiner auch. Der Kontrollers wird schon richtig furcht. Dann flutscht er besser. Äh, Entschuldigung. Oh, oh. Au. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Ach, der. Ich glaub, das ist nur einer von den vernünftigsten von denen. Hm. Sag der. Denkst du? Okay. Okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Sag der. Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Hey Mann. Okay. Wir wollen keinen Streit, okay? Wir wollen einfach nur hier weg. Möglichst an einem Stück. Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl. Ah, nicht nochmal. Es verwandelt sich wieder. Was? Was meinst du? Bleib weg. Bleib weg von dem Dunst. Hey, da ist nichts, Mann. Dieser Dunst. Nicht ein Atmen. Halt. Was für ein Dunst. Was macht der? Er lebt. Macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten. Er ist jetzt drin. Hier bei uns. Jetzt. Hey, ganz ruhig, Mann. Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Stopp. Stopp. Er ist in uns drin. Nicht wahr. Hör mir gut zu. Ich verspreche dir, ich hab das nicht eingeatmet. Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Das ist ein Gegenteiltag. Was für ein Ding? Ach, Gegenteiltag. Ja, ich glaub bei ihm schon. Er hat zu viel geschnüffelt. Gut. Mhm. Slippeln? 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 Und zwar nicht am Klebstoff, du. Oho. Das ist klar, du. Nein. Nein, ich mein, wir haben die Luft angehalten. Wir haben keinen Dunst in uns. Ach, wirklich? Ja. Ich weiß, ihr seid alle Taucher. Aber das glaub ich euch nicht. nicht ab. Wir sind hier unten. Seit Stunden. Könnt ihr so lang die Luft anhalten? Haltet ihr sich jetzt auch an? Oh Gott. Ach, Hybrid. Der Dunst ist in mir drin, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Böser Max. Ah. Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Er verwandelt mich. Irgendwann. Halt ihn auf. Irgendwie mag ich ihn. Nein, Mann. Da ist kein Dunst in dir. Ich seh das. Schluss. Lügt nicht. Ihr seht es doch alle in mir, nicht wahr? Ihr lucht doch alle. Der Dunst ist in mir. Ich spüre mich von innen auf. Hey! Ganz ruhig, tu's nicht! Hat leider nicht geklappt. Oh mein Gott. Aber ein Gegner weniger, ne? Da war's nur nur einer, ne? Bis auf das unsichtbare Nichts. Gegen das wir hier eigentlich ankämpfen. Wo haben wir denn das Sauerstoffgerät gelassen? Ja, stimmt. Wo ist das hin? Gute Frage. Nächste? Es hat Beine gekriegt, na toll. Das denn? Wieso ist er jetzt plötzlich vor uns und nicht mehr hinter uns? Hey! Wie geht das? Ich bin woanders. Was? Ich bin bei Conrad. Nein! Wieso? Nein! Tu mir das nicht an! Ich mach das nicht, das macht das Spiel! Ich will nicht alleine gehen! Ich frag mich nur, warum Conrad jetzt runterspringt. Oh, ist das eine Nachtjacke eh. Boah, ich will nicht allein sein. Okay, jetzt seh ich den Typen rennen mit dem Hammer. Oh nein, jetzt bin ich bei Conrad. Yay! Einmal tauschen, bitte! Oh, du bist Conrad und ich bin Brad. Na toll. Und ich muss mich jetzt hier unten... Oh nein! Ich werd versauen! Ich werd versauen! Ich werd versauen! Eine Idee, die wir da reinkommen? Ich auch! Stimmt, gibt's da nicht nur einen Weg rein oder raus? Sehen wir uns hier mal weiter um! Aber ich frag mich, wo die Otze ist, wenn Conrad auf einmal da runterspringt. Ich hab die da nicht gesehen, die sollte doch auch da bleiben. Ich werd sie nicht. Jetzt krieg ich schon wieder in irgendwelche Schächte. Ich muss ja trotzdem alleine gehen. Ich hab trotzdem keine Wahl. Ich hab ein bisschen Alex noch dabei. Mhm. Echt niemanden. Puh, ich war eine ganz kurze Pause. Gut, dann machen wir Pinkelpause. Musst du auch machen? Nee, 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 müssen muss ich nicht. Aber ich brauche... Ja, dann warte ich bis du bist, bis du soweit bist. Bei mir geht's noch. Ich hab gedacht, du wolltest jetzt Pinkelpause machen. Nee, ich brauche eine Phase sekundiert zum Aklimatisieren. Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, ich muss doch nochmal den Balkon aufreißen und das Licht ausmachen, damit die Mücken nicht reinkommen. Also ich bin so dezent. Puh, scheiß auf die Mücken. Ich bin dezent fertig. Ich würd's aber gerne durchspielen. Heute. Nur, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, glaub mir. Und das nächste Spiel steht ja schon parat. Für den nächsten Monat. Und mich auch. Oh, schnucki. Mhm. Das passiert nichts, ich brauche eine kurze... Ich brauche eine kurze Atempause. Komm, zu zweit ist nicht ganz so schlimm, oder? Und zu zweit geht's. Da wohn's ja gegenseitig nur bei Eiern hier. Hehehe. Zu zweit ist es in Ordnung. Naja, wusste ich doch. Deswegen hab ich den Vorschlag gemacht, bevor du dich da doch alleine durchquälst. Und ich schaff's auch endlich, das Spiel zu spielen. Ja, stimmt. Und... Boah. Ich kann in der Zeit mal kurz mein Apfelmus aufessen. Mach das. Der fordere sich ja noch komplett verflüssigt. Könnt ihr dann mal in meinen eigenen Stream reingucken, wa? Kanal? Ist das richtig jetzt? Ja. Ja. Ich will bloß mal gucken. Gut, das mit Titel und Dings hat alles funktioniert. Das war meine Szene. Was steht hier? Deine Biografie und Social Media links hinzufügen. Mhm. Ja, vielleicht für den nächsten. Elf Follower. Wupp wupp. Da müsste ich ja schon wieder irgendwelche Errungenschaften haben. Da. Benachrichtigung. Mein Kanal. Ja. Archivment abgeschlossen vor drei Stunden. Archivment abgeschlossen vor drei Stunden und eins vor fünf Stunden. Ah. Geil, ne? Hup huup. Hup huup. Oh, ich hab schon wieder irgendwo ein Geschenkabo gekriegt. Vor fünf Tagen. Nicht? Okay. Ich nicht. Ich fix sowas nicht. Ey, ich hab drei Zuschauer, ist das nicht geil? Ja. Aber ich glaub auf Dauer ist das für mich nichts. Gerade wenn das jetzt, ne, weil wenn das jetzt anfängt mit der Umschulung und alles, hab ich dafür gar keine Zeit. Da bin ich dann froh, wenn ich mal so entspannt ein bisschen zocken kann, weißt? Ja, vielleicht, dass ich den mal zwischendurch mach, wenn ich Bock hab oder so und dann hier Truck fahren. Übrigens Truck fahren, ich hab mir neu, äh, ich hab mir, äh, heute ein YouTube-Video angeguckt. Und für Snowrunner, das sieht ja auch nicht schlecht aus. Hab ich schon von gehört. So mit, mit, mit Modder und Schnee und, also ich glaube, das würde mir auch, das würde mir, glaub ich, auch noch zusagen. Hm. Da musst du die Landschaft aber alleine erkunden und die Aufträge, denn, äh, äh, kriegst du denn während der Erkundung und so. Musst dann Brücken reparieren und so was alles. Hm. Also sah so jetzt, äh, was ich gesehen hatte, nicht schlecht aus. Muss ich ehrlich sagen. Ja, gut. Ach, okay, komm, machen wir, machen wir weiter. Achso, ich muss ja erstmal das wieder umstellen hier. So, jetzt. Heiheioi. Heihe.. Heiheiho буду. Okay. Let's go. Irgendwann müssen wir mal fertig... Luigi. Hier lang, wo ich hin muss ... Na hier lang hat er gesagt, nach oben. Ja, aber wo ist es so? Oder? Jetzt leuchtet er durch den bitter beiligicio conference che Twin Games. Ach so. Echt jetzt, fuck ab. Ich will nicht ins Wasser. Ich werde sterben. Ich muss mit Brad tauchen, der kann nicht tauchen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Oh nein. Fickt euch doch. Ich glaube, das ist eine ganz dumme Idee, die ich hier habe. Ich öffne die Tür, okay? Warte hier. Du kriegst das hin. Halt nur die Augen offen. Alter, das ist ekliges Wasser. Wie soll ich dann die Augen offen halten? Ich habe Angst. Hörst du auf? Ich weiß auch nicht, wo ich landen muss und ich bin unter Wasser. Ich bin unter Wasser. Fuck it. Ich will nicht mehr. Ne, jetzt ziehen wir durch. Ich habe so eine paar Chancen gerade. Weißt du, wenn wir zusammen rumlaufen, geht das halt voll klar. Ja, aber wenn ich höre, du schreckst genauso auf wie ich, bin ich schon beruhigt. Schottentür bei Fahrt geschlossen halten. Leck mich. Das Schild habe ich gefunden. Wo ist die Tür? Irgendjemand da hängt sich. Hast du schon wieder eine Vorahnung gefunden? Nein. Oh mein Gott, da ist ein ganz langer Geil. Das war, ich glaube, war das eine Vorahnung für Little Hope? Du, kann sein, dass da Dinger bei sind schon fürs nächste, so zwischendurch. Ja, weil, weil das Ding heißt nämlich auch Little Hope, was ich da gerade gefunden habe. Oh fuck. Guckst du dir das nochmal an? Ich möchte das gerne mal in deinem Stream sehen. Äh, ich kann es mir leider nicht nochmal angucken. Bei mir gibt es die Option leider nicht. Auf YouTube kannst du es ja dann angucken. Ähm. What the fuck? Hä? Warum habe ich das Gefühl, dass ich sterben werde? Warum sehe ich gerade nicht durch? Du bist bei mir gerade irgendwie. Ich habe dich zumindest gerade kurz gesehen. Oh. Ui. Ja, ich habe eine Tür aufgemacht. Jetzt schwillt da irgendwo Wasser rein. Ja. Das ist alles zu mir geflossen gerade. Na schön. Und ich habe einen Skillcheck verpasst. Mal wieder. Ich habe mein Gott zu sagen bekommen. Ich glaube, ich bin ersoffen. Oh oh. Über mir. Oh nein. Ah scheiße. Ah nee, du lebst. Wieso habe ich jetzt eine Sonnenbrille auf zwischendurch? Was soll denn das? Uuua. Nein, da ist das Gift drin. Oh no. Oh scheiße. Wetter! Schnell! Was? What the fuck? Ja, würde ich gerne. Elektro und Wasser. Das passt nicht. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Nein. Nein, 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 nein. Geh aus dem Scheißwasser raus. Conrad, lauf! Rauf! Oh no. Noch nicht! Da ist ein Geist hinter. Da ist ein Geist hinter. Oh scheiße, ich glaube ich sterbe. Oh nein, scheiße. Verkackt. Oh nein, mach keinen Scheiß. Ich hab die Tür aufgemacht. Oh fuck, ich hab dich gekillt. Du hast dich gekillt, ja. Du hast dich erst mal durch zwei geteilt. Scheiße. Na gut, ich wollte sowieso, dass der Cap stirbt. Also von daher passt das. Er hat aber den Verteiler in der Hand, Mann. Du hast mich nicht so einfach getötet. Ich denk, du kommst da noch raus. Wie denn? Ich hab mich da gerade geprügelt. Wie soll ich denn da raufkommen? Fuck. Papa hat sich auf dem Gewissen. Ich spiel dich mal mit. Haben wir ein Heulig? Naja. Naja. Hier siehs mal so. Ich hab einen getötet, du hast einen getötet. Sind wir quitt? Was, es sind insgesamt drei gestorben? Hä? Nein. Zwei. Zwei sind tot. Dann machen wir uns mal nicht schlechter, wie wir sind. Und Konrad. Julia lebt noch, Alex lebt noch und Brett lebt noch. Brett. Sind drei. Und es ist Tag. Das finde ich jetzt unfair, dass wir jetzt schlechter gemacht werden. Und es ist Tag. Ich glaub wir haben's geschafft. Ich weiß noch nicht. Noch ist keine Rettung an Sicht. Aber es ist Tag. Interessiert, das gibt's doch nicht. Aber der eine gehört ja nicht dazu. Der gehört ja nicht zu uns. Der andere ist ja der Böse gewesen. Es geht ja um die, die wir spielen. Und das waren zwei, die gestorben sind. Na, wenigstens das Traumpärchen ist noch da. Ja, stimmt. Meine drei Favoritencharaktere leben wir uns noch. Nee, verlässt uns tot. Weil... Ja gut, aber die waren mir ein bisschen zu schnippisch. Okay. Bitte was? Ich hätt lieber die andere hier geopfert. Ja, aber... Die arrogante Schnäpfe. War doch logisch. Ich hab doch gegen den einen gekämpft. Ist doch logisch, dass der nicht dazu gehört. Also, für mich ist es logisch. Ich glaub, wir haben's geschafft, glaub ich. Ja, knapp fünf Stunden. Wir haben's geschafft. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt. Wir haben's geschafft. Und dann haben wir's geschafft. Ja, mach ich super. Und dann haben wir's geschafft, dass wir das machen lassen. Okay. Äh. Ich frag mich, was die ihr aufs Bein geklebt haben. Panzerteep? Das ist immer noch dran. Ja, hab ich auch grad gedacht. Aber Mappa, wir haben's durch. Ja, nice. Wollen wir gleich das nächste anfangen? Spinnst du? Hast du sie noch alle? Nein, reicht für heute. Oh, er hat aber ein schönes Lächeln. Er hat so schön gelächelt in meine Bauchknabel. Oh, er hat ein schiefes Lächeln. Oh, Phyllis. Die haben mich gekillt. Die haben mich auf dem Gewissen. Da freut sich auch noch drüber, wa? Ja, irgendwie schon. Oh mein Gott, wir haben's durch. Siehst du, so viel hättest du gar nicht mehr gehabt damals. Naja, doch. Mit deinem und mit meinem zusammen. Ach ja, doch. Das, ich war ja noch nicht mal bei der Hälfte. Bei der Hälfte von uns beidem zusammen, da ja. Ja. Knapp fünf Stunden haben wir jetzt bloß gebraucht. Das war's. Ja. Oh, kommt noch was. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Leck mich. Hey, spielen wir das noch ein zweites Mal? Ein schlechter Versuch. Dass alle überleben. Manche sterben. Alles ihre Schuld. Aber nicht heute. Erst spielen wir die Reihe durch. Okay. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile. In Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt. Manchmal haben diese Entscheidungen nicht viel später Konsequenzen. Einfach nur die Story durchzuspielen. Dass man da sicher vom Schiff kommt. Dass mindestens einer überlebt. Ja. Also, ja, wie gesagt. Dass mindestens einer überlebt. Gut werden, wenn alle überleben. Scheiße, wenn alle sterben. Dann ist das Spiel gescheitert. Dann ist das Spiel gescheitert. Es sei denn, man legt's drauf an. Vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Oh ja, wie es das ist. Am besten von dem ganzen Spiel war sowieso der Soundtrack am Anfang. Ja, aber es kommt noch ein geiles Lied am Ende. Das ist nämlich auch gerade cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Max, das war keine Absicht. Das war alles versehen. Komm, der letzte Tod war Absicht. Nein. Dad. Oh, Dad. Ich verbiete mir diese Unterstellung. Ich hab's durch. Wir haben's durch. Wir haben's durch. Ich freue mich, dass er einfach gerade so ist. Aber hier hat es Spaß dran. Ja, Spaß hat mir auf jeden Fall es gemacht. Mehr als alleine. Also ganz ehrlich, sowas spiele ich nur mit Mappa jetzt. Das steht fest. Sowas spiele ich nur noch mit Mappa. Aber das macht mir jetzt das Fun. Okay. Das ist immer ein Heavy Rain-Denken, wo mir ganz am Ende ein Schargestürm ist. Und dann hatte ich beim ersten Play den perfekten Mann gehabt. Wie hieß das andere Spiel? Wie hieß das andere Spiel, was vorhin vorgeschlagen wurde, was auch von den Entwicklern ist? Äh, The Quarry? Ich kann's dir gleich schicken oder halt auf sie mal mitzahlen. Ja. Wo halt die Dings durch sind. Die müsste es mal nicht noch offen haben. Aber ich fand's echt mega. Also was heißt mega? Ich hab... Bin ich eingeschissen vor Angst, aber... Ich sag mal noch zu zweit, die Zweier-Szenen, wo wir halt zusammen durchgegangen sind, die waren halt einfach easy irgendwie, weil, ne? Also die einzelnen Dinger, das war schon... Okay. Aber ich dachte, am Ende kommt mehr. Ich dachte echt, am Ende kommt mehr. Außer halt, dass... sich herausstellt, dass alles halt nur Halluzinationen sind. Ja, aber die Stands... Jumpscares zwischendurch waren schon Heavy teilweise. Ja. Ja, die waren... Ne, wir haben uns oft genug gegenseitig angequiekt. War lustig. Aber ich hab mehr gequiekt. Ich hab mehr gequiekt. Mehr und lauter, glaub ich. Aber wir haben's bis 1 Uhr geschafft. Na, ich hätte jetzt auch noch rangehängt, nur um das fertig zu kriegen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil mich jetzt auch interessiert hat, das getriggert hat, wie das ausgeht. Ja. Weil wir schon so weit waren. Beim nächsten Teil Quick-Counter einbauen. Okay. Krieg ich irgendwie hin. Krieg ich irgendwie hin. Ja, beim nächsten Mal vielleicht auch ein... Wie heißt das? Ein Kill-Counter. Nein. Wir haben doch hier diesen Hype... Hype... Ach, Comment. Äh, für den Link. Achso, ja. Dann braucht das immer keiner so extra reinmachen, dann kann man einfach... Ja, dann muss nur halt einer vorher das Ding fertig machen. Und das war's? Den Comment, oder was? Ne, den Link. Weil... Der Link ist ja nicht von einfach an da, ne? Den Link muss ja erst einer stellen. Das ist ja kein dauerhafter, oder? Achso, mein... Achso. Ja, das macht... Ich kann ihn ja nicht voll schon reinpacken, wenn's noch keinen Link gibt. Wenn ich den immer wieder erneuern muss. Ja, geht das denn schnell? Weiß ich nicht. Ich arbeite mit sowas nicht. Weil sonst hätte ich gesagt, Kitty macht das denn fertig? Nippon, nur den Link. Den Link und... Und du baust das denn fix Anfang des Streams in so'n Dings ein. Oh, das geht ja noch weiter. Das geht noch weiter. Die nächsten Opfer. Was zur Hölle ist das? Ich gehe lieber nicht nach. Geh nach Hause. Was ist das? Nett. Der lebt ja noch. Ja, ich sag's euch, der ist aufgestanden. Life and death. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. And we have to live with those decisions or die by them. Boom. But there are worse ways to go. Unfortunate. Death. It is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken. The clever mess you've made. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've made. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've made.